So, alle Bastelzeit. Heute habe ich mir ein bisschen was zum Löten rausgesucht. Ich möchte nämlich ein Bauteil ausprobieren. Und zwar geht es um hier diese Teile. Ja, der eine oder andere wird eventuell bei den Zahlen schon hellhörig geworden sein, was das ist. Das hier sind sogenannte Linearregler, also Geräte, die eine höhere Spannung zu einer tieferen machen können, kommen häufig zum Einsatz, wenn man von kleinen Strömen spricht. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwas Batteriebetriebenes umbaue, sodass es auch mit dem Akku laufen kann oder ähnlichem. Links da haben wir den Klassiker, den 7805. Der ist im TU220-Gehäuse, also relativ groß. War früher quasi überall zu finden, wo irgendwas in Richtung von 5 Volt benötigt wurde, von einer höheren Eingangsspannung. Heutzutage findet man sie relativ selten. Die hier, die gingen bis 1,5 Ampere hoch. Und wenn wir von so hohen Strömen sprechen, heutzutage eigentlich immer nur ein Schaltregler im Einsatz. Deswegen die quasi in vielen Bereichen verschwunden. Der rechts daneben, das ist ein AMS 1117, in dem Fall die 3,3 Volt Variante. Und den findet man heutzutage durchaus noch häufiger. Zum Beispiel, wenn es darum geht, 5 Volt auf 3,3 Volt runter zu drücken. Der hier ist zum Beispiel auf vielen von diesen ESP8266 Development Boards verbaut und sorgt dann dafür, dass wir unsere 3,3 Volt haben. Problem an der Sache, 7805 oder hier der 1117, das sind relativ alte Designs. Und die haben ein kleines Problem. Wenn wir nämlich gar keine Last drauf geben, der Ruhestrom dafür ist relativ hoch. Das sind mehrere Milliampere. Beim 1117 zum Beispiel so typischerweise so um die 5 Milliampere, die das Ding dauerhaft zieht. Ist eventuell schlecht, wenn wir Batterie betrieben sein wollen. Und deswegen hatte ich in der Vergangenheit mit dem NCP551 gearbeitet. Das ist der kleine rechts daneben. Wir sehen, SOT 23-5 müsste das Gehäuse heißen. Ist noch mal ein gutes Stück kleiner. Der kann natürlich auch weniger Strom. Ich glaube, der 1117 ist 800 Milliampere. Der hier ist 150. Aber für viele Bereiche reicht das aus. Den hatte ich eingesetzt bei meinem Projekt, wo ich einen Rauchmelder umgebaut habe oder ehrlich gesagt immer noch bin. So ganz alle deployed habe ich immer noch nicht. Der hat den schönen Vorteil, dass er ebenfalls 3,3 Volt macht. Aber der braucht nicht 5 Milliampere an Strom, wenn quasi nichts gefordert wird, sondern eher 5 Mikroampere. Also mal eben nur ein Tausendstel vom Strom, den wir da quasi verschwenden, wenn wir hinten dran zum Beispiel eine Mikrocontroller haben, der nichts macht. Und das ist natürlich gerade überall da, wo Batterie im Einsatz ist, relativ hilfreich. So, die drei hatten wir schon, aber ich habe ja gesagt, ich möchte ein neues Bauteil ausprobieren. Deswegen löten wir das vierte Bauteil, was hier auf dem Bild zu sehen ist. Wie? Habt ihr noch nicht gesehen? Na ja, guckt mal oben in die Öffnung vom 7805. Hm, da ist noch ein Chip. Zugegeben, so schwer zu sehen. Drehen wir den mal rum, dann sieht das Ganze hier so aus. Ja, das ist auch genauso ein Linearregler wie die anderen auch. Das ist der AP 7354. Das Gehäuse, was hier benutzt wird, heißt DFN 1010. Ähm, 1010 steht für in dem Fall hier für ein Millimeter mal ein Millimeter. Und wir sehen, die Kontaktflächen sind unten drunter. Also mit Lötkolben ist da halt nichts zu machen. Den habe ich absichtlich so gewählt, einfach um mal ein bisschen Herausforderungen beim Löten zu haben. Für die von euch, die sich für die Specs interessieren und das nicht so hart löten wollen, den gibt es auch in anderen Bauformen. Ich meine sogar in der 235, die ich hier gerade als Unterlage benutze. Das ist dann wahrscheinlich ein bisschen eher was fürs Handlöten. Und warum gucke ich mir den jetzt an? Na ja, hat einen relativ einfachen Grund. Da liegen wieder so technisch und jahreszahlmäßig ein bisschen was dazwischen. Der NCP 551, der hier unten drunter liegt, der stammt aus dem Jahr 2016. Und der da drauf, der ist 2018 rausgekommen, ist aktuell für quasi denselben Preis zu haben wie der da drunter. Aber beim Ruhestrom sieht das ein bisschen anders aus. Denn ich habe ja eben gesagt, der unten drunter, der NCP, der kommt mit ungefähr 5 Mikroampere aus. Naja, hier der AP 7354, 0,25 Mikroampere, also 250 Nano Ampere. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir aktuell keine Last hätten, dann haben wir den Stromverbrauch wieder ums 20-fache gesenkt. So, ich denke, ihr seht, warum ich mich für den hier interessiere. Sehr effizient in der Sache und entsprechend dann sehr gut für batteriebetriebene Sachen. Oder auch, was für mich ein Thema ist, eventuell Kondensatorbetriebene mit einem Super Crab oder sowas in die Richtung. Da könnte sich das durchaus lohnen. Naja, ich will den testen. Das klappt natürlich so nicht. Das heißt, ich habe ein paar Platinen machen lassen und ich würde sagen, wir lüten den einfach mal da drauf und gucken am Ende, wie sich das Ding so schlägt. So, hier können wir uns das auch noch mal schöner angucken. Wir haben hier unsere kleinen O603 Kondensatoren, 100 Nanofarad, einfach um das Ding ein bisschen da auszugleichen. Und Moment mal, wir brauchen ja noch unseren Chip. Ja, das hier ist tatsächlich der Controller und auch die Lötstelle ist schon da, nämlich hier oben zwischen den beiden Pins. Da, da gehört er hin. Gehen wir, glaube ich, mal ein bisschen näher ran. Also, wie sagt man so schön, Enhance. Und wenn wir hier mal reingehen, dann können wir hier unsere kleine Löt-Area sehen und auch den Chip hier. Und wenn wir den mal rumdrehen, kriege ich das hier hin mit meiner leicht verbogenen Pinzette. Dann können wir uns das hier auch in groß angucken. So sieht der Chip von unten aus. Ihr seht, das sind fünf Lötpads, vier an den Ecken und ein großes in der Mitte. Was man auch sehen kann, das ist kein Dreck oder optisches Problem, sondern wenn wir, wo ist das hin? Wenn wir hier oben gucken, diese Ecke da, das ist der Marker für Pin Nummer eins, den wir da haben. Also kein Fehler, sondern tatsächlich das, was da am Ende auch hingehört. Ja, das hier drauf zu kriegen, dürfte jetzt auf jeden Fall reichlich spaßig werden. Die O603 sind ja schon für einige relativ schwierig zu löten. Ich denke, das geht noch, aber das hier eher schwer. Und vor allen Dingen, wir müssen auch definitiv mit Lötposter arbeiten, denn das Ding in der Mitte, da kommt man ja nicht wirklich mit einem Lötkolben oder ähnlichem dran. Das heißt also, keine Chance. Müssen wir auf jeden Fall pastenmäßig arbeiten. Ansonsten habt ihr ja schon gesehen, den Rest habe ich hier schon. Wenn die Kamera mal... Ich muss, glaube ich, mal meine Kamera nachgucken. Die leckt hier ganz schön in der Aufnahme. Aber ich denke, man kann es sehen. Hier sind die zwei Kondensatoren, die ich hier schon bereitgelegt habe. Und wir haben noch einen Widerstand, nämlich hier unten. Ich muss gleich noch mal nachgucken, was das genau war. Machen wir die mal hier runter. Können wir uns noch mal die andere Seite angucken. Schon gesagt, da ist im Prinzip nichts mehr drauf. Das Einzige, was wir hier haben, ist dieser Dual-Ding hier. Da passt einmal hier vorne müsste das sein Micro-USB drauf oder hier hinten USB-C oder andersrum. Ich muss gleich mal gucken. Ich werde so wahrscheinlich inzwischen mit USB-C ausstatten, einfach weil die ja von den Buchsen habe ich inzwischen ein paar mehr da und die sind anscheinend halbwegs genommen. Bei Micro-USB ist das immer so eine Sache. Mal gucken, was gerade da passt. Ja, ansonsten, ich habe ja schon gesagt, wir brauchen Lötpaste. Wenn wir von Lötzinn reden, dann sieht das bei mir meistens hier so aus. Das sind ja einfach so Spritzen, in denen Lötzinn drin ist. Ist nicht ideal, wenn man mit Stencil arbeitet, wie wir es gleich sehen. Aber es ist einfacher aufzubewahren. Das hier, das ist ein Alloy SN63 PB37. Ist also ein bleihaltiges Lot, wie wir hier sehen können. Die dürfen heute eigentlich nicht mehr eingesetzt werden im kommerziellen Bereich. Für Privatbereich und Reparaturen sind sie aktuell zum Glück noch zugelassen. Das heißt, ich kann meine Restbestände hier noch wegschaffen. Wobei, ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Da gibt es ein paar unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt gut ist. Einerseits klar, Blei ist natürlich hochgiftig. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Andererseits, Blei hat halt auch einen großen Vorteil, wenn wir oben gucken. 183 Grad. Das ist die Schmelztemperatur. Bei bleifreien Lötpasten ist die Temperatur höher. Das heißt, wir haben mehr Belastung fürs Bord. Und allgemein, die meisten von den Bleifreien, die sind nicht ganz so flussfähig, wie hier die verbleiten. Das heißt also, das Risiko, dass die Schaltung am Ende nicht funktioniert und man dann halt mehr Müll hat, ist halt größer. Von daher zwiespältige Sache. Wie auch immer, wie gesagt, ich habe noch ein paar Restbestände hier. Die kommen noch weg. Und ja, mein Lötzinn habe ich großteils schon auf Bleifrei umgestellt. Die Paste kommt dann auch noch. Ich habe aber noch einen Bonus in der Hinterhand. Und zwar, wo ist es? Nehmen wir diese hier. Sieht erstmal ähnlich aus. Aber wenn wir hier mal drauf gucken, das Produkt ist Lead-Free, also ohne Blei. Und das Alloy SN42BI58. Das hier hat also auch Zinn. 42% Zinn, aber 58% BI. Das ist Bismut. Das ist ein spezielles Metall, was den Vorteil hat, dass es einen sehr, sehr, sehr geringen Schmelzpunkt hat. Und ich weiß nicht, steht hier nochmal extra drauf irgendwo. Lasst mal gucken. Ja, da unten. Die Schmelztemperatur hier bei 138 Grad. Das heißt also noch mal ein gutes Stück unter dem, was der Blei hier hatte. Der hatte ja 183 Grad. Also mit hier dem neuen Zeug, was dann entsprechend auch großkompatibel ist, braucht man noch weniger Hitze. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, wir können das wahrscheinlich besser verlöten. Das heißt also, wir brauchen nicht so viel Temperatur. Die Risiken, dass wir den Chip und irgendwas beschädigen, gehen runter. Andererseits ist es natürlich auch nicht so temperaturstabil. Das heißt also, wenn wir Schaltungen haben, die heiß werden, ist die Chance höher, dass wir uns da selber quasi die Lötstellen beschädigen. Und ja, deswegen muss man überlegen, ob man hier so Paste benutzen möchte oder nicht. Vor allen Dingen, weil sie halt natürlich auch teurer ist. Es sind Spezialanfertigungen oder speziellere Materialien, die man nicht so oft hat. Ich selber benutze hier die Paste meistens bei hier so ganz kleinen Komponenten. Das heißt also zum Beispiel hier der DFM 1010 oder dann BGA wird wahrscheinlich auch ein Thema sein, wo man hier sowas eher benutzen wird. Also jedenfalls ich. Und ja, das ist jetzt mein Plan, das hier da einzusetzen. Zusammen mit dem Stencil, das muss ich dann erst mal suchen, wo ich das hingelegt habe. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir das hinkriegen. Klingt erstmal nicht viel und einfach zu löten, aber halt durch die Bauform, die ich da gewählt habe. Wie gesagt, ein bisschen auch extra, um mir ein bisschen Challenge zu geben. Ja, wird das bestimmt spannend und dann gucken wir uns danach an, ob wirklich das Ding das tut, was ich möchte. Und zwar am Ende einen geringeren Ruhestrom haben als so ein AMS 1107. Stimmt, ich glaube, ich mache zwei fertig. Das hier ist jetzt ein Chip mit einem 1,1 Volt. Ich hole noch einen 3 Volt und dann vergleichen wir den 3 und den AMS 1107 bei 3,3 Volt. Das ist Pi mal Daumen das Gleiche. Und dann gucken wir einfach mal, wie die sich gegeneinander schlagen. Ich habe da schon so eine Vermutung, aber wenn man es messen kann, soll man es auch messen. Gut, ich hole mal Zeug und dann gehen wir eine Runde löten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, alles fertig gelötet. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Wie schon gesagt, ich werde das Ganze hier mit 5 Volt testen als Eingangsspannung und dann mal gucken, was rauskommt. Also fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist der 3 Volt Regler. Wie ihr seht, habe ich hier schon mal ein paar Drähte angelötet, weil mit dem habe ich ein paar mehr Tests vor. Und hier auf der roten Krokodilklemme ist meine Eingangsspannung. Die klemme dann jetzt hier an VIN an und aufs Multimeter gucken. Das sieht gut aus. Das sind Pi mal Daumen 3 Volt. Also, der Regler funktioniert offensichtlich. Das heißt, die Lötstellen hierbei sind schon mal in Ordnung. Und dann gehen wir mal rüber zu dem 1,5 Volt. Da halte ich jetzt einfach nur mal dran. Das ist für so einen kurzen Test ja auch mal ausreichend. Und auch hier, wenn wir aufs Multimeter drauf gucken, etwa 1,5 Volt. Also, in beiden Fällen hat es offensichtlich funktioniert, dass wir hier tatsächlich die Lötstellen hinbekommen haben. Ich hätte mir das ein bisschen schwerer vorgestellt, aber okay, 100% Erfolgsquote nehme ich. Wieso nicht? Bleibt die abschließende Frage. Kann das Ding hier auch was? Und ja, wie schon gesagt, ich habe mir den AMS 1117 geholt als Testkandidat. Einfach, weil er sehr weit verbreitet ist, weil ihn quasi jeder kennt. Und entsprechend natürlich auch die Verlockung groß ist. Hey, ich baue mir gerade selber eine Schaltung. Ich brauche 3,3 Volt von 5 Volt. Nehme das, was alle anderen auch nehmen. Also den da. Und den habe ich antreten lassen gegen den AP 7354, also das, was wir gerade gelötet haben. Man muss sich jetzt natürlich im Klaren sein, die spielen ein bisschen in unterschiedlichen Kategorien. Der 1117er 800 mA, der hier maximal 150 mA, also eher was für kleine Ströme. Und was ich gemacht habe, das ist einmal einen Ausgangsstrom vorgegeben. Das heißt also, x mA ziehen wir am Ausgang, zieht unser Gerät hinten dran. Und dann habe ich gemessen, wie viel Strom wird denn am Eingang gezogen. Und da wir hier vom Linearregler reden, ist es dann auch egal, dass das 3,3 Volt und 3 Volt ist. Das können wir unterm Tisch fallen lassen. Aber der Unterschied zwischen Strom am Eingang und Strom am Ausgang ist dann ungefähr, wie viel Verlust wir haben. Und hier so sieht die Tabelle aus. Links sehen wir erstmal, was ich gemessen habe. 50,25 mA, 5, 2,5 mA, 500 mA, 250 mA, 50 mA und dann 33 Pi mal Daumen mA. Das war das, was ich mit meiner Widerstandsdekade hier hinbekommen habe. Und das Ganze dann nochmal im Leerlauf. Und wir sehen, wenn wir in der oberen Zeile gucken, da sind die relativ dicht beieinander. Also 50 mA im Ausgang. Der AMS braucht 52,6 um den Dreh. Der AP 50,13. Man sieht schon, es ist ein bisschen besser. Aber je weiter wir runtergehen, desto offensichtlicher wird das. Und spätestens, wenn wir dann hier gucken, bei 0,25. Naja, der AMS pendelt sich irgendwo so bei 2 mA ein für alles weitere. Und der AP geht immer weiter runter. Bis hin zu unserem Leerlauftest mit keiner Last dran. Also keine Laststern, kommen wir gleich zu. Der AMS zieht da immer noch 2,6 mA. Und der hier, lasst mal kurz rechnen, das sind 705 Nano Ampere. Die hinteren Stellen gehen schon in Pico Ampere rein. Das ist jetzt natürlich noch ein gutes Stück entfernt von den 250 Nano Ampere, die im Datenblatt da als bis zu genannt wurden. Allerdings muss man auch sagen, wir sind hier in Bereichen, da würde ich jetzt nicht 100% darauf wetten, dass meine Messgeräte da die allerhöchste Genauigkeit haben. Die sind halt schon alle was älter, was ich hier zum Messen benutze. Und was wir auch berücksichtigen müssen, wir messen hier ja nicht nur den Linearregler, sondern wir haben auch Leckströme in unseren Kondensatoren, eventuell im Bordmaterial selber. Und bei so kleinen Strömen, da kommen die dann im Zweifelsfall auch zum Vorschein. Und bauen wir uns einfach mal ein theoretisches Konstrukt. Sagen wir, wir haben irgendwie 3,7 Volt in unserer Batterie und die würde sie dauerhaft halten. Bei, sagen wir mal, ist ein kleiner, 300 mAh. Und sagen wir, am Ausgang hängt irgendein älterer Mikrocontroller im Standby-Modus, der irgendwo 50 µA braucht. Das ist heute relativ hoch, aber dafür haben wir gerade die Werte da. Und wenn wir da jetzt die Milchmädchenrechnung aufmachen und sagen, wir haben unsere 2,6 mAh vom AMS und unsere 50 µA vom AP, dann rechnen wir das mal grob auf unsere 300 mAh Batterie um, dann kommen wir beim AMS auf einen Batteriebetrieb von ungefähr so knapp 5 Tagen und bei unserem AP auf knapp ein Jahr. Also doch ein ziemlich gehöriger Unterschied, spätestens wenn ihr derjenige seid, der den Akku die ganze Zeit wechseln muss. Und deswegen gerade bei Sachen, die auf Batterie laufen und sehr wenig Strom brauchen, da macht es durchaus Sinn, mal zu gucken, was auf dem Markt ist und nicht einfach den erstbesten Chip zu holen, den man da vor die Nase bekommt. Ich werde den hier für meine nächsten Experimente auf jeden Fall weiter benutzen, insbesondere weil er halt günstiger ist als dieser NCP, den ich vorher benutzt habe. Eventuell jetzt nicht unbedingt in der Bauform hier, wie gesagt, die gibt es auch in ein paar größeren. Aber prinzipiell, haben wir gesehen, Ausgangsspannung ist da, wir haben definitiv einen sehr geringen Stromverbrauch und das war ja genau das, was ich suchte. Also ich glaube, wir können zusammenfassen, der tut, was er soll. Ausgangsspannung ist der Grund, der mit einem 5.000 wechselt in den Akku, eine 4.000 wechselt in der Hand. Der mit einem 8.000 wechselt.